gewollt von morgen aus noch aufnehmen wahrscheinlich guck ich mal wie ich lustig bin und wir sind auch krass bei der Vorbereitung für Konichi anbasteln und machen und dann tun das Leil wird wahrscheinlich noch nicht fertig sein bis dato aber das kostet mir meiner Freundin also Bloody Rose wenn wir bis dato fertig haben oder wie nenne ich einfach BR BR ist ne schöne Waffe um alles in der fickten Welt muss ich hin das Gefangenenlager ist hier unten ich wusste ich kann euch nicht vertrauen genau wie euer Vater folgt ihr nur Befehle wenn euch danach ist was ist jetzt los das tue ich auch ihr habt euch immer mehr um die Buchstaben des Gesetzes gesorgt als um das Wohlergehen eurer eigenen Soldaten immer Cesric hat Besseres verdient und ich auch falsch ihr habt mit Separatisten verhandelt im krassen Widerspruch zu meinen Befehlen und den der Hochlegionen warum jetzt was ich lasse Valos frei immer ihr könnt mir entweder helfen oder aus dem Weg gehen oder euch beide töten meine Pflicht und das Gesetz verlangen ist und im Gegensatz zu euch erfülle ich immer meine Pflicht Challenge accepted was ist los ich kann nichts machen ja ok feier fahrzeug bam ok nice komm her boah zack haben wir schon doch na wer BAM! Hä? 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 Ach, er folgt mir jetzt. Lauf, Vater! Lauf! Lauf, Volk! Ich geh gerade aus, oder was? Ich helfe ihm gerade zur Flucht und ich weiß nicht, warum plötzlich wir einen Kampf da hatten, weil es unauffällig sein sollte. Jetzt bin ich auch ein Verräter, weil sie noch am Leben ist und ich sie nicht töte. Das ist eine Mühe! Das macht keinen Sinn. Wo muss ich hin? Aber die ist jetzt noch freundlich gesehen. Amandgarn am Hals haben. Das wäre mega sweet, ey. Ich kann mir nicht durch. Was ist das denn? Geht was? Nö! So was muss doch nicht sein. Eine unsichtbare Mauer. Was? Was ist weit genug, Vater? Nein! Alles gut! Nein! Nein! Scheiß, ich bin ein Krüppel! Schüttel's ab! Schüttel's ab! Nein, ich hab nicht abschüttelt hier, bin! Scheiß abschüttelst bei der anderen drüben. Aua! Boah, ich bin voll die Verräterin! Ja, wissen wir! Was ist jetzt los? Warum holen die jetzt ab? Was ist denn, was ist denn los? So, können wir! Danke! Ihr habt mich besiegt! Ich bin jetzt euer Freund! Was? Stimmt nicht mit dir? Im Namen der hohen Legionen befehle ich euch sofort stehen zu bleiben! Ich jage euch bis ans Ende der Welt! Ihr müsst mich nur durch das Tor gehen lassen, dann seht ihr mich nie wieder! Nein, Ema! Den verlangt nur ihr! Geht einfach weg und alles ist vorüber! Dazu ist es viel zu spät! Den Legion wird Gerechtigkeit widerfahren zum Wohle aller wahren Soldaten! Ich würde eher sterben, als das Aufgeben! Ich respektiere eure stürnige Hingabe! Aber ich lasse Valus frei! Und ich würde eher sterben, als ihn euch zu überlassen! Ist das denn... Was? Warum legst du dich denn hin jetzt? Was soll der Müll? Hör auf dich hin zu legen, du Affe! Der liegt denn... Als ob... Hast du Fußball gespielt oder was stimmt nicht mit dir? Hat jemand den Kopf... Hat jemand auf den Schulter gehauen? Deswegen hast du Beinschmerzen oder was mit dir! Oder was mit dir? Steh auf, du Affe! Nein, alles cool! Den mach ich allein! Hutscha! 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 Einmal die Barankung! Sag weg bin ich! Attacke! beer steckt sehr gut getroffen ist das ist der Löwe марта wir werden gern aber sie hat ihre Wahl getroffen euren pick BDD aufmerksamkeit erregt als beliebe Es werden bald noch mehr Wachen hier sein. Ich bin nicht gut im Abschied nehmen. Darum mache ich es kurz. Ich werde nie vergessen, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Das hätte sonst niemand getan. Es ist mir eine Ehre, euer Vater zu sein und euch als Legionär zu salutieren. Sobald sich der Staub gelegt hat, melde ich mich bei euch ganz diskret. Gut. Ich werde noch euch Ausschau halten. Auf Wiedersehen, Valus. Vater. Und viel Glück. Ich hatte eine sehr schwierige Bescheidung zwischen Familienmitgliedern hier zu sein. Also hier gibt es nicht so richtig enge Gruppenmitglieder. Na, habt ihr alles das gleiche gegessen wie mein Vater? Leit euch jetzt den Magen. Selbst schuld. Ihr habt gesagt, dass die Pferdeschwänze schlecht sind. Hier haben keine Ahnung. So, ich muss mich schon jetzt ziehen. Das ist mir wahrscheinlich. Was? Mit sehr gut? Nein, ich meine diesen Typen, der mich der Ritter genannt hat. Oh, das ist schlecht. So, ihr seht auch Magenschmerzen. Das Alarm sind Magenschmerzen. Ach, ich nehme mir jetzt komplett anders auf. Stimmt, früher habe ich ja mit, ähm, mit einem anderen Programm aufgenommen, mit meinem, ähm, mit was habe ich mir vorher aufgenommen eigentlich? Ich habe mit einem komplett anderen Varianten aufgenommen. Jetzt nehme ich hiermit auf. Das ist total merkwürdig. Aus Tricks. Stimmt, deswegen habe ich jetzt auch diesen blauen Punkt. Weil meine andere, mein, das war ja vom Schneideprogramm her, der war einfach, der hat nicht mehr funktioniert, aber er hat komplett neu. Jetzt rennt er so krass schnell und jetzt nehme ich auch wieder mit diesem Schneideprogramm wieder hier Bildschirm auf. Ähm, tja, ich weiß nicht, was ich mit Feuer aufgenommen habe. Ich glaube, mit, äh, Red Wolf habe ich Feuer aufgenommen. Mit mich recht im Sinne. So, ich glaube, ich muss jetzt Bericht erschaffen und, ähm, erklären, warum ich das gemacht habe. Hat halt Bock drauf. Wah. Wieso muss ich denn zu ihm? Ich gehöre nicht zur Blutlegion. Ich gehöre zur Asche-Legion. Ich will nicht mit diesem Brimstone was zu tun haben. Hi. Es ist hoffentlich, hast du gerade nicht gehört. Wäre blöd. Ich will mich stellen. Ich half dem gefangenen Valus Rauchmähne bei der Flucht aus. Vergesst es, ich weiß das. Und ihr wird jetzt tot oder in Ketten, wenn ich nicht genauer nachgeforscht hätte. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie war da? Wie ich nicht. Also vertraue ich eurer Beurteilung. Das, ich habe nicht... Danke Tribune. Ich habe diesen Entschluss nicht leichtfertig gefasst Aber Valus war... Ich mag diese Türe immer noch nicht Aus gutem Grund Aber ich beginne zu verstehen Was mildernde Umstände sind Wir haben noch viel Arbeit für uns Und ich verlasse mich auf eure Hilfe Wegtreten Ich unterstehe nicht dir Ich unterstehe der Asche Legion Ich will mit meiner tollen Dame widersprechen Geisterscherbe Angepasste Ritualtasche Viehtreiber Wams Wow Lumpenpack 10 Weißt du wir haben Mächtige Betrügerstiefel der Göttlichkeit 30 Verteidigung Und soll es untäuschen gehen Lumpenpack 10 Schuhe Ja das fällt mir aber auch ein Wow Siegerring der schwarzen Zitadelle Im Endeffekt bringt mir das Müll Weil ich da was drauf klatschen muss 19 Kraft Okay das ist irgendwie besser Aber okay wir behalten aber die mächtige Mächtige Betrüger weil der 6 Kraft dazu hat Ah nehmen Es geht frei, ich schalte, ich freue mich Äh Helden Ausrüstung Diesen Wams Oh sieht gar nicht so schlecht aus Ähm was haben wir noch Wir haben nur noch Hose oder sowas Haben nicht noch Schuhe Aber die wollte ich jetzt nicht draufklatschen Richtig? Nein die wollte ich nicht draufklatschen Die Gäste bringt mir nix Okay Danke Bramstar Du bist mega cool Auch mit meiner anderen Figur habe ich ja viel mit ihm zu tun gehabt Das ist ein ganz nett Aber ich frage mich warum ich immer nicht zu meiner äh zu meinem Tribun kommen Was ist denn das ist schon so Ich hab' schon lange mit ihm zu tun gehabt Ich weiß nicht wie die reizt Schande über mich, Schande über mein Haupt Schande über meine Familie, Schande über meine Familie Schande über meine Familie Die muss hier mit doch Du bist da Immer noch ein Krankenhaus oder sowas immer noch Erlebt Aber wer führt denn zur Zeit die Aschlegion dann Ich hab' keine Ahnung So, wo müsst ihr die jetzt hin, damit ich rauskomme Es gibt gar keine Auszeichnungspunkte Ich muss sie doch drücken Schwarze Zitadelle Das heißt wir haben jetzt da die Geschichte erledigt oder was? Normalerweise haben wir ja hier ja noch immer so eine Zeit gehabt Welche Herausforderungen Dessert Plateau Was? Ach! Okay Habe ich hier auch schon alles erledigt? Nein, hier hab' ich noch lange alles erledigt Hallöchen Muss ich alles noch hier beenden Wir müssen noch einen Heldenpunkt holen Dann haben wir hier noch ein Herzchen Ihr müsst bedenken, ich habe mit meinem anderen Entscheid das hier fertig, das hier fertig, das hier fertig und hier irgendwas noch fertig Machtmeldung Dann habe ich hier noch so ein bisschen was gemacht Deswegen also, ähm Gut, wir werden uns jetzt aber erstmal wieder in das Gebiet zurückbegeben Und die restliche Scheiße hier fertig machen Ähm, das heißt wir gehen in diesen neutralen Punkt Schups Zwei Herzen und ein Heldenpunkt Und zwei äh Transporte und zwei Aussichtspunkte Gut, dann werden wir uns jetzt schnell den Heldenpunkt holen Lalalalalala 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 Lalalalalalala Da sind es das Betrachter Wenn so lang geht zu gehen in den Wald, wie weit weit Das ist ein Aussichtspunkt, dann gehen wir direkt zum Aussichtspunkt LOL Was? Okay Ja, warum nicht, ne? Haben wir sonst nichts zu tun? Vielleicht treffe ich auch einen von euch auf der Königsee Wer weiß Können wir nochmal in die Kommentare schruten Ich würde ja wie gesagt auf jeden Fall ein Kondom führen, würde ich gerade sagen Ich werde auch ein Kondom im Endeffekt tragen, also ein Ganzkörper-Kondom Huch, was war das denn? Hirsch Nun machen wir direkt das hier Komm ich mir jetzt in die Nähe Hat mein Vieh grad gefurzt Ja Oh nein Oh nein Der ist scheiß Aufgabe, Alter Kann ich helfen Ja, was auch immer Ich zerbreche einfach ein paar Oberschäge Psst, jetzt muss ich natürlich noch nicht halt Oberschäge auch finden Hier sind keine Oberschädel Hier sind keine Oberschädel Da oben erst recht nicht Die Typen habe ich schon abgegrast Scheiße, wir müssen doch nur eine Waffe holen, Alter Aber ich habe jetzt keine Oberschäge 30 Kilometer zu rennen Fünscheis Oberschädel Eben 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 Nein, das sind keine Tiere. Hätten Andrikus Androchus die Ober zu bekämpfen. Ja, will ich ja. Okay, in diese Richtung liegen ja die Obers schon mal nicht anscheinend. Das sagt mir jetzt mein feiner Instinkt. Ich bin ja auch schließlich ein Schar. Huch! Kann sie sich teplotieren oder was? Okay, ich tue jetzt einfach mal einen Felsenhund. Bleib mal weg. Das war anscheinend kein Hund. Ja, natürlich hat ein Hund ein mächtiges Rohlederbeinkleid dabei. Natürlich! Hier sind auch keine Ogre. Aberfelsenhund. Mütterfelshund. Okay, ich glaube ich muss einfach alles hier zerstellen. Gut, das wollen wir hinkriegen. Ja, putz! Yeah! Mein Gott, das ist aufregend. Juhu! Na, super. Versperrt. Das kann ich irgendwie die Ober-Folte kaputt machen, oder was? Juhu! Juhu! Okay. Glaublich ist es kaputt. Ah, und es steht wahrscheinlich ein neues Projekt an. Oh, yeah! Es steht wahrscheinlich ein neues Projekt an mit mehreren Leuten. Je nachdem. Je nachdem. Verbrennen. Boah, es verbrennt ja 1a. Ähm, mit mehreren Leuten. So zwei, drei andere Leuten. Ähm, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ja, das muss ich mir erst holen noch. Ähm. Erst am Dienstag, also was kann ich es mir holen? Uuuuh. Ich will ja gleich schon wieder aufhören, siehst du? Ja, gleich wieder bei meinen Eltern. Dann machen wir die Auflaube fertig und dann wenden wir das Ganze schon wieder. Und damit hätte man irgendwas jetzt aufgenommen, aber heute schon mal. Ich muss noch sagen, ich habe ganz ehrlich so ein bisschen so die Lust an, äh, YouTube so verloren. Und, ähm, ich hoffe, dass ich sie mit diesem neuen Projekt mal wieder finde. Also ich mich mal wieder ein bisschen mehr drum kümmere, weil ich habe auch wirklich extrem schleifen lassen zur Zeit. So, so unlustig oder so, 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 äh, spaßlos halt, ähm, die Dinger aufgenommen. War auch nicht so mega sweet. Also jetzt ist gerade diese Aufnahme, das ist eigentlich und das ist recht gut für jetzt, bis jetzt gewesen. Äh. Aber macht mir auch gerade wieder Spaß mal wieder aufzunehmen. Und, äh, deswegen. Das ist auf jeden Fall ganz mega sweet. Hab wieder ein bisschen Bock darauf. Ich freue mich auch, wenn ich jetzt, äh, Konnichi aufnehmen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir auch irgendwie so richtig viel Spaß, diese Dinger zu schneiden und sowas. Und, ähm, die letzte, das letzte Video hier, ähm, Kost, ey, die kam ja mega gut bei euch an, ey. Das finde ich mega sweet hat mich richtig gefreut, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Oh mein Gott, so de-ballein. Es ist mir leid. Lecker. Ich wollte dich gar nicht töten. Gürtel-Tee mit einem Schuss geplättet, Digga. Wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Wie scheiße ist eingenommen anscheinend. Sonst werden die noch haufenweise oker. Stopp. Stopp. Wo will er hin? Warum alles in der Welt will er hin? Du hast nichts gewahrt, vielleicht wollen wir den heilen. Du sollst leben, leben! Ja, haben es geschafft, ich freue mich. Und ich soll nur so den Helmpunk, die sind ja fast in der Nähe. Und dann ist Feierabend für heute schon wieder. Also erstmal für diese Aufnahme-Session. Auch, dass Alexandra auch demnächst mal wieder mitmachen kann. Ich hoffe auch, dass die Leute von Nelly Active demnächst mit ihrem Onzo fertig sind. Groß an die Leute. Dass sie auch zur Konichi kommen können. Und dass wir vielleicht ja, unser Projekt auch starten können. Nur für euch mal als Information, dass da auch was ansteht. Ist schon seit ein paar Tagen geplant, seit ein paar Wochen. Aber die sind halt voll im Umzugstressen. Hast du das gesehen? Das ist ja scheiß Geisterdrecks. Finde ich. Ich kann gar nicht mehr auf die, Alter. Schwöre. Jura Nimo! Erlernen Tintenentladung. Ihr habt eine Fähigkeit erlernen. Nahtenschuss. Okay. Worum alles in der Welt muss ich hin? Hier muss ich hin? Kommunizieren! In den Ruinen der Stadt Asker vibrieren immer noch die Jahrhunderte unvergleichlichen Ruhms und totaler Zerstörung, die hier stattgefunden haben. Halt, wie schwach mit dem. Irgendwas mache ich einfach mal. Mein Tier kann der Weide mal. Achso, mit den Jungen. Dschungelpürscher will ich hier machen. Nein, ich sehe. Dann haben wir das auch erledigt. Nein, nein, ich sehe den fest. No, ich will leben. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier wissen, wo das ist und so. Wo ist denn das da? Na gut, da werden wir jetzt aber nicht hinweilen. Ich werde mich jetzt faul, wie ich bin, teplotieren. Und will sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich habe natürlich jetzt nicht geguckt, dass wir jede halbe Stunde irgendwie so machen. Deswegen wird das jetzt nicht so sein, wie sonst immer. Es ist nicht jede Folge neu anfangen zu labern. Bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Wie immer schreit alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns doch hoffentlich irgendwann mal online. oder sogar vielleicht auf der Konnichi. Tschüss. Schnell sagt Tschüss. Hi, äh Tschüss. Ach du Scheiße.